Plan C, yeah! Ich brauche einen Plan C. Plan C ist so geil. Plan C, ja! Willkommen bei Plan C und schöne Grüße aus dem Urlaub. Wir sind hier auf der Insel Rügen. Erster Tag, einfach nur mal so zum gucken ans Meer. Sehr geil. Geiler Strand. Tag 2. Heute hängen wir in Sandburg. Sassnitz ab. Ich werde nur wenig filmen und dafür mehr Fotos reinsetzen. Das ist der Fischereihafen von Sassnitz. Beeindruckend, ey. Vor allem, man merkt auch hier an den Hafenanlagen und so, also teilweise wirklich richtig alt. Und hier sind auch so ein paar Boote. Ich weiß nicht, ob ich da drauf gehen würde. Oder... oder? 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.